Mal gucken, was sie dazu zu sagen haben. Oh! Au Naja, winzigens hab ich einen mitgenommen Ist ja auch was Hey, wo ist mein Geld hin? Immer mir das Geld berechnen Danke, ihr auch. Sehr gesprächig, die Dame. Aber schön, dass alles wie vorher ist, hat er ja gut hinbekommen. Warte, die Mütze. Warte, die Mütze. Ach, Münze, nicht Mütze. Gott, bin ich blöd. Ich sollte anfangen zu lesen. Ja, das hast du schon mal gesagt. Hey, hey. Geh raus. Danke. Hier ist ja gerade die Treppe runtergesprungen. Na, dann haben sie es liegen gelassen. Dann nimm es mit. Dann nimm alles mit. Nimm sie. Hier ist ja gerade die Treppe runtergesprungen. Hier ist ja gerade die Treppe runtergesprungen. Hier ist ja gerade die Treppe runtergesprungen. Ja, da. Na, naja. Toll. Danke. Ne, danke. Ich spare mein Geld lieber. Wie gesagt, ich spare mein Geld. Der jetzt steht immer noch da. Ich bin jetzt hier zu erzeugen. Beispiel. Was kostet er denn? Warum steht er eigentlich in mir? Okay, aber gut zu wissen, dass die Taschen damals auch schon so groß waren, dass alles reinpasst. Oh, hey! Okay. 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 Gut, dass wir einen Diener haben. Äh, ne, ja, wenn wir nicht die... Okay. 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 Okay.